Seit Jahren kämpft der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems mit großem Erfolg gegen Datenkraken wie Facebook und Co. Nun gab der Europäische Gerichtshof ihm erneut Recht und erklärte das Datenschutzabkommen Privacy Shield zwischen der USA und Europa für nichtig. Denn die Daten europäischer Bürger seien nicht ausreichend vor dem Zugriff von US-Behörden geschützt. Für den Initiator war das Urteil längst überfällig. Seit sieben Jahren sagen wir nichts anderes, außer wenn die Daten halt in den USA unter die Massenüberwachung fallen, dann muss man halt das System so weit trennen. Eine Nachricht, die ich jetzt aus Wien nach Berlin schick, Hausnummer, die muss ja nicht durch einen amerikanischen Server gehen. Schrems hatte geklagt, weil seine privaten Facebook-Daten von der europäischen Zentrale in Irland an den Facebook-Mutterkonzern in die Vereinigten Staaten weitergeleitet wurden, um sie dort zu verarbeiten. In den USA aber dürfen Geheimdienste wie NSA und FBI auf private Daten ausländischer Nutzer zugreifen und sie auswerten, ohne richterlichen Beschluss und ohne dass Betroffene dagegen vorgehen können. Das hatte US-Visselblower Edward Snowden auf Wikileaks bereits 2013 aufgedeckt. Mit der aktuellen Entscheidung können nun solche Daten nur dann noch in die USA übermittelt werden, wenn ein angemessener Schutz nach europäischem Recht garantiert ist. Mit anderen Worten, die US-amerikanische Überwachungsgesetzgebung muss sich nun ändern, wenn Amerika weiterhin in großen Mengen Daten von europäischen Bürgerinnen verarbeiten möchte. Oder Facebook und Co. zum Speichern der Daten eigene Rechenzentren in Europa bauen. Bei Verstößen gegen das Urteil drohen die Richter den Unternehmen mit Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 Prozent des gesamten Jahresumsatzes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017